So, auf geht's. Auf sie mit Gebrüll. So, hier haben wir die Handblase. Von der Handblase gehen wir so ein bisschen vorwärts. Da haben wir schon die erste Gebärmutterhand drin. Mit einer Frucht. Also hier, ne? Ich habe es jetzt mal gestoppt. So, Achtung, jetzt machen wir gleich weiter. So, hier ist die Gebärmutterhand auch tragend. Jetzt hat sie gerade ein bisschen gezucht. Ich mache noch mal, dass ich wenigstens eine Frucht mit drin habe. So, jetzt haben wir zwei Gebärmutterhand. Sehen wir jetzt. Also, beide Gebärmutterhörer sind tragen, ne? Und jetzt gehen wir ein bisschen mal vorn. Auf der Seite hier. Jetzt noch eine. Jetzt machen wir auf der anderen Seite. weiter hier. Weiter hier. Hier ist einer. 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 Hier ist einer.